Es gibt immer mehr Stromautos, hört man jetzt auch, aber im Zusammenhang mit dem Anschlag der Tesla, die produzieren ja auf Halte. Man könnte ja bösartig sagen, da müssen wir nicht mehr auf Halte produzieren, aber das wollte ich gar nicht. Das wäre eigentlich doof, ironisch bzw. sarkastisch. Das ist nicht meine Art, was wollte ich eigentlich sagen. Da oben war noch Leben in der Bude, beim Jugendhaus, Kloster, das ist, achso, das wollte ich nochmal betonen, da gibt es von denen, die schon älter sind, rausgewachsen sind, das Kloster Ensemble, das spielt dreimal Freitag, Samstag, Sonntag in der Aula. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, Freitag 20 Uhr, Samstag 20 Uhr, Sonntag 18 Uhr und in der Stuttgarter Zeitung stand, macht sie ein bisschen Werbung, oder ich in dem Fall, weil ich hier hinlaufen kann. Zum Glück kann ich auch wieder laufen, zweimal Rollstuhl und wo wir heute Morgen den Gangwagen da rausfahren sehen, 10 Runden, die haben mich ja zweimal transportiert, das war schon ein grauslich-gruseliges Gefühl, Gänsehaut. Insofern bin ich dankbar für jeden Tag, der noch gut läuft. Bis Ostern habe ich jetzt was einiges vor und dann melde ich mich wieder.